Und herzlich willkommen zurück bei Silence mit von Lühe Gameplays als Hobby. Ja, wir sind zuletzt mit unserer Seilbahn abgestürzt und sind jetzt hier gelandet und Spot ist wieder bei uns. Spring runter. Achso. Die Seilbahn ist gerissen. Ich kann nur blicken nach oben. Das sind mindestens 100 Millionen Kilometer bis nach oben. Das sind auch 100 Millionen, das ist ein bisschen viel. Ich will hier raus. Auch wenn Noah das doof findet, ich mag Zirkus und Clowns. Ich überhaupt nicht. Da ist der Marktplatz, habe ich von oben gesehen. Du bist ins Wasser gestürzt und aus dem Brunnen gekommen. Gut gemacht. Was können wir mit Spot bei den Incaputnura machen? Okay, reinrufen. Spot, du lebst! Pass gut auf Greeny auf, ja? Besser als ich zumindest. Okay. Nee, so geht's nicht. Man muss ja halt echt irgendwie ein bisschen überlegen. Was könnten wir mit dem Spot noch machen? Zum Marktplatz gehen? Auf jeden Fall auch wieder runter zum Brunnen. Da müssen wir auf jeden Fall wieder, wir müssen ja den Splitter wiederholen. Hey, Spotty, lass mich nicht allein! Okay, dann schauen wir erstmal, wie es mit dem Zedrick läuft. Der scheint ja irgendwie in seinem Rohr drin zu hängen. Zumindest so, wie der in dem Spot geantwortet hat, klang das irgendwie so danach. Aber nee, wir haben doch gesehen, dass er gelaufen ist. Ah ja. Wir sind halt nur ziemlich weit oben. Keine Ahnung. So viele Glücksmünzen. Wir haben alle nicht geholfen. Okay. Einfach mal die Minzen einstecken. Pass gut auf Greeny auf, ja? Balance. Ich hasse Balance. Zu wenig, um damit runter zu schweben. Ja, da hängen da noch ein paar. Ein Süßigkeitenautomat. Dafür wohl die Münzen. Die Frage ist ja nur, was können wir mit der Süßigkeit machen. Na toll. Zitronen drops. Was können wir mit der Bank machen? Vielleicht kann ich mich an dem Seil runterhangeln. Im nächsten Leben. Der Kerl ist so depressiv drauf irgendwie. Was haben wir denn hier weiter in der Stadt? So, jetzt haben wir Zitronen drops. Oder Bonbons. Irgendwie sowas. Die sind bestimmt für den Spot. Da passiert dann irgendetwas, wenn er die isst. Oh, Video. Hey! Was soll das? Hey! Okay, weiter irgendwie in die Stadt dürfen wir wohl nicht. Klopfen wir mal an. Okay. Was glaubst du wohl? Wir machen es auch nicht wieder auf. Jedenfalls nicht für umsonst. Was wollt ihr haben? Hey! Okay. Sieh an! In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Okay. Mehr gibt es hier wohl nicht wirklich zu machen. Hallo? Außer auf euch da hoch zu gucken. Hey! Hey! Klopfen wir nochmal an. Ich mein, wir haben doch jetzt Zitronen draus. Wieso können wir die nicht hochwerfen? Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz tolles. Was denn sonst? Hä? Da haben wir es doch. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Oh mein Gott, kann er schlecht werfen. Das heißt, wir brauchen neue Bonbons, nehme ich mal an. Auch wenn wir eigentlich sogar eine ganze Handvoll da gezogen haben, aber haben nur eins geworfen gerade. Und dann auch noch nach hinten. Das ist wirklich ein Narr. Der kann doch nicht mal gut werfen. Die zu blödelei. So, dann ziehen wir halt nochmal ein paar Drops. Was ist los? Pass gut auf Rini auf, ja? Der hat ausgelutscht. Okay. Kann man doch nichts mehr ziehen. Dann müssten wir eigentlich doch noch ein paar Bonbons haben. Irgendwie werde ich auch wieder müde. Wo ist die Laterne jetzt eigentlich hin? Oder ist die komplett runtergefallen? Ich würde sagen, die ist komplett runtergefallen, oder? Kann das sein? Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles! Nicht zu wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Mann! Ich kann aber nichts mehr ziehen. Anscheinend hatten wir doch nicht keine Handvoll Bonbons, sondern nur eins. Das haben wir nach hinten geworfen. Aber wie so blöd sind. Der Kerl ist so depressiv, dass er genauso depressiv alles zunichte macht. Aber vielleicht ist die Laterne ja ganz runtergefallen und mit dem Spot kann ich damit irgendetwas machen. Das Bonbon müsste ja noch da drin sein. Vielleicht sollte ich ja genau das erreichen, dass diese Laterne runterfällt von oben. Und dann können wir damit vielleicht irgendetwas machen mit dem Spot. Aber ich sehe hier die Laterne jetzt auch nicht. Doofe Sache. Oh, das ist ganz schön hoch. Oh, das ist ganz schön hoch. Ich erreiche dich nicht. Oh, gute Idee. Ich springe, Achtung! Toll. Das ist doch so leicht, war. Oh, Spotty, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Oh. So einer schon wieder. Oh, da ist er wieder. Oh. Schau doch, Spot. Spott? Spott? Wo bist du denn? Hey, die tun doch nichts. Die Lumis, die wollen nur spielen. Oh. Okay, Spot hat wohl Angst. Das Geräusch. Wie geil. Das Spiel überrascht mich immer wieder was Neues. Ich find's cool. Oh, die läuft zu langsam. Hallo? Ist da jemand? Brady? Sedgwick! Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ich hab nur... Den Splitter verloren? Genau. Nicht schlimm. Ich helf dir suchen. Okay. Ich muss nur irgendwie... Runterkommen. Genau. Sag, wenn ich dir helfen kann. Du auch. Du kannst wieder herkommen. Der Lumi ist weg. Weißt du was? Hilfst du mir, den Splitter zu suchen? Ein Lumi hat ihn geklaut. Hilft natürlich nicht. Oder doch? Das heißt, ich muss eigentlich hier runter, oder? Hey, du Räuber! Okay, passiert nix. Gehen wir mal zum Marktplatz. Vielleicht ist da die Lateine runtergeklatscht. Keine Ahnung. Erstmal kommt die echt nur sehr langsam voran. Die schleichen alle so ziemlich. Ich bin echt schnelleres gewöhnt an Spielen. Oh, lauter Sucher. Ja, zum Glück bekommen die mich nicht mit. Warte hier, Spot. Da drüben rennt ein Sucher rum. Okay, wir müssen also ohne Spot entlang. Ein Fass mit Ventil. Ein Oktopus. Der sieht ulkig aus. Äh, wie das stinkt. Viel Stege, sowas stinkt, ja. Wenn er den Splitter gefunden hätte, dann würde er nicht mehr danach suchen. Wozu das wohl Nütze ist? Was haben wir da jetzt gemacht? Wozu das wohl Nütze ist? Hm. Die werden sehen, wozu das Nütze ist. Oh, da sind noch mehr Loomis. Eins, drei, sieben. Da ist der Splitter. Die Loomis haben ihn. Oh, da kann ich Spot nicht runterschicken. Zuerst müssen die Loomis raus. Das erledigen die Sucher. Jetzt versperrt er mir die Sicht nach unten. Blöde Granate. Fäuch, jetzt ist Fass mit Ventil? Ah, da leuchtet was. Willst du, was wohl Nütze ist? Eine Schnur mit Haken. Die Schnur mit dem Haken dran nehme ich mit. Tolle Musik. Äh, wie das stinkt. Der ist leer gefressen. Wenn im Waisenhaus was Leckeres gefehlt hat, dann haben es immer die Loomis gegessen. Ich hab die nie gesehen. Aber Sarah und Marie ganz oft. Jetzt hast du es auch mal gesehen. Fischgestank vertreibt die Loomis, statt sie anzulocken. Das ist gut. Damit können wir dann die Angel benutzen, so gesehen, um den Fisch da runter zu drücken. Aber jetzt müssen wir den da erstmal wegkriegen. Den Sucher. Jetzt gehen wir also erstmal in das nächste Stück und schauen mal, was wir da finden können. Oder machen können. Mitnehmen können. Ich weiß ja auch nicht. Okay. Okay. Ich würde sagen, die sind nicht Schwierigkeiten. Die Stadt wäre viel schöner ohne die Schleimgranaten. Da kann man nur zurück zum Marktplatz. Weiter zum Hafen. Loomis kann man mit Wasser nicht locken. Genauso wenig wie mit Seife. Erst brauchen wir den Splitter. Okay. Also können wir hier erstmal noch nichts machen. Oder vielleicht hätten wir dieses Fass da eben gerade, was... ...dieser eine breitere da eben gerade auf den Boden geschmissen hatte, um eventuell die Sura abzulenken. Das heißt, dann gehen wir doch wieder erstmal zurück. Vielleicht können wir mit dieser Angelschnur, sag ich mal, das Fass zu uns rüberziehen. Das wäre zumindest eine Überlegung. Man muss hier echt versuchen, so eins und eins zusammen zu zählen. Ja, mit dem Fass kann man nichts machen. Ich kann nicht erkennen, was auf dem Plakat steht. Bestimmt Werbung für den Zirkus. Ich würde ja sagen, das ist die falsche Königin. Bleibt ja, wo ihr seid. Okay. Dann doch wieder zurück. Entschuldigung, jetzt müssen wir nochmal diese... ...ewisch lange Wartezeit... ...Ladezeit hier abwarten. Kostet viel Aufnahmezeit. Könnte ich gerade mal meine Freunde zurückschreiben. So, sie hat Nachtschicht, ist jetzt auf der Arbeit angekommen. Das heißt, wir haben so ein bisschen Zeit zum Spielen. Also irgendwas muss ich doch mit diesem Fass mit dem Ventil machen. Denke ich zumindest. Wozu das wohl Nütze ist? Ist wohl für gar nichts Nütze. Okay. Vielleicht müssen wir die Angelschnur mit den Haken irgendwie... ...nach oben schicken? Mir fällt jetzt gerade noch nicht so wirklich was ein, was ich jetzt damit machen soll. Oder wie ich den suche... Ah, okay. Da war ein Brunnen, wie es so aussieht. Wir haben doch jetzt gar keinen faulen Fisch dran. Vielleicht brauche ich einen Köder, was Lumis wohl lecker finden. Was ist der beste Köder beim Angeln? Der Köder muss lecker sein und den Fisch schmecken. Und wenn der Fisch ein Fell hat und zwei Beine und ganz viele Zähne? Dann wird die Angel weg. Hast du was Leckeres? Na ja, es sind Zitronendrops. Die sind aber nicht gut für deine Zähne. Ich ess die doch gar nicht. Ja, ja. Lumifutter. Sag mal, was wäre denn was richtig Tolles für dich? Was richtig Tolles oder was ganz Tolles? Was ganz, ganz Tolles. Doppelgans? Also das kann nur ein Lumi sein. Einen Lumi? Was ist das? Ich schicke dir ein paar hoch. Was? Wie? Na, durch das Rohr. Okay. War noch viel zu groß dafür. Pass auf, Spotty. Du segelst runter, sobald ich die Lumis oben habe, okay? Okay. Eins, drei, sieben. Alle da! Hey, hey, ihr kriegt alle was. Setzt euch schön in eine Reihe hin. Dann gibt's was. Lumi, 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 Lumi. Lumi, 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 Lumi. Okay. Okay. Naja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschalten würdet oder zugucken würdet. Oder auch bei einem anderen Let's Play. Das war von New York Gameplay als Hobby mit Silence und auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Tschüss.